Hey, herzlich willkommen zurück bei 47. Jetzt wollen wir die anderen beiden auch noch killen, aber das waren noch 5. Okay, dann wird die letzte wohl der ultimative Endboss sein. Das kann ich nie mitnehmen. Ein Hula-Mädchen. Ich kann ein Hula-Mädchen mitnehmen. Aber ich nehme lieber das Messer. So, warte mal gucken. Ah, erst mal. Ah, volle Energie. Oh, was ist denn hier los? Ah. Das war ihre letzte Position. Erster Stock auf dem Gange. Seltsam. Versuchen Sie es weiter, Soldat. Melden Sie sich, sobald Sie sie erreichen. Bescheid weiß. So, wollen wir uns erst mal hier umgucken. So, was haben wir denn hier alles? Und hier? Ah, Golfschläger. Okay. Was haben wir hier? Den Ausgang. Und hier kommen wir hier rein. Aber hier will ich eigentlich gar nicht rein. Ich will nämlich mehr hier raus. Wenn 47 da noch drin ist, haben wir das Überraschungsmoment verloren. So sieht's aus. Ich kann sehen, was der Typ kann. Ich sage, wir leben Sprengsätze, blockieren alle Ausgänge und begraben den Wichser unter einem Haufen Schutt. Nur so können wir sich... Sag das mal den Sane. Dann gehst du garantiert als Erster da rein. Oh, Baby. Wo kommst du hin? Wo willst du hin? Okay. Waren das alle? Ich denke, das war's. Warte mal, warte mal. So. Kommt, die kommt jetzt nach hier, wa? Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Habe ich hier noch irgendwas zum Schmeißen? Verdammt. Zentrale, der Bus ist in Position. Können die Pakete jetzt verladen? Over. Scheiße. So. Haben wir die erste doch schon mal fertig. Kommst direkt da rein. So. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Wo habe ich denn das Messer? Das habe ich doch irgendwo hingeschmissen. Nicht dem Scheuer. Mutterschlüssel. Wieso Mutterschlüssel? Wo ist mein Messer? Ach, das habe ich da. Ne. Hä? Hä? Warte mal. Wo ist denn mein schickes Messer? Gibt's doch gar nicht. Da musst du ja irgendwo hier rumliegen. Hallo? Ich habe keine Ahnung. So, pass auf. Da habe ich auch noch einen. Jetzt ist die Frage, wer kommt. Welcher. Wir schmeißen das mal da in die Ecke. Ja, komm, Wacka. Ja, komm, Wacka. Hier ist überhaupt keiner für dich, du Idiot. Keiner. Überhaupt keiner. So, wir wollen das erstmal hier alles ganz in Ruhe an die Seite packen. Da haben wir noch einen. Hier liegen ja Waffen rum ohne Ende. Wo ist der Schlüssel hin? Ist er da reingefallen? Keine Ahnung. So, jetzt ziehen kann ich da. Oh, da haben wir einen. Da haben wir. Jetzt ist die Frage, welcher kommt. Wir schmeißen das auf jeden Fall wieder hier. Hinten in die Ecke. Stellt sich mir nur die Frage, wer kommt. Der oder der? Der kommt. Der bleibt, wo er ist. Das ist gut. So, schön leise sein, mein Freund. So, der geht auch da weg. Das ist gut. Kommt da rein. So, Leute. Platz für einen habe ich noch. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Eine Brechstange. Erstmal nehme ich den hier. So. Schmeißen wir alles einfach da hinten in die Ecke. Das hat anscheinend keiner gehört. Ich gebe immer noch so einen Kanister. Beziehungsweise gebe mir den gleichen Kanister wieder zurück. Ah, jetzt kommt. Wer? Welcher kommt? Wer kommt? Mhm, mhm, mhm. Ja, mach mal. Geh mal nach, geh mal nach. Oh, wie hat du bisher die Krönung. Boah, bist du geil. Mein Gott. Ich hätte mein Messer gerne wieder. Naja, egal. Dann nehme ich den Schraubendreher. Natürlich die Waffen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal ein bisschen Platz. Oh, warte da. Da kommt doch einer. Da ist doch einer. Den könnte ich doch vielleicht noch verarzten. Hier, nimm den. Kanister noch mal. Verdammte Hacke. Ja, komm mal gucken. Quatsch nicht so viel. Mach hinne. Noch keine Zeit. Auch da rein. Dann sind wir erstmal fertig. Und jetzt, wo ist mein Schraubendreher? Da. Den nehme ich wieder mit. So. Was kann ich denn mit der Zapzahle machen? Wo ist denn die Zweite? Ach, die Dächi-Idiot. Die habe ich gerade gekillt. Mein Gott. Ich würde da gerne rein. Aber da muss ich an der Alten vorbei. Und die macht keine Anstalten, da wegzugehen. Ja. Ich komme hier gar nicht rein. Das ist ja prächtig. Oh mein Gott. Wow. Wow. Mein Gott. Dann machen wir das halt so. Ach mein Gott. Der hat mich gesehen. Ja, das ist kein Problem. Das machen wir eben schnell hier. Oh. Oh. Was ist mit dir? Komm noch mal. Das gibt's doch gar nicht. Ich schieße wieder 18 mal daneben. So. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Da. Hä? Ach da. Hinten haben wir einen. Warte. 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 Na, verdammt. Hacke. Was? Was? Psst. Ey, da ist auch noch einer. Eieieieiei. Eieieieiei. Eieieieieiei. Eieieieiei. Da ist auch noch einer dahinter. Na, was ist jetzt mit dir? Ja, das gibt's doch gar nicht. Ja, super. Was ist jetzt mit dem da hinten? Oh. Oh, verdammt. Feuer, Feuer, eröffne. Da ist auch noch einer. Kommt der hin, geht's her. Wo ist der? Wo ist der? Okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Hab ich gleich, hab ich gleich, hab ich gleich. Gibt's da gar nicht. Jetzt, jetzt. Das ist doch ein Scherz. Mein Gott, bin ich schlecht. Ach, der ist tot. Kann noch einen. Mein Gott, ihr seid viel zu viele. Das gibt's doch gar nicht. Hm. Super, keine Munition mehr. Genial. Idiot. Oh, das, das. Nachladen. Aber, ich glaube, das sind zu wenig Schüsse. Au, die. Da, 100. Oh, das ist ja. So. Nächster. Schlossknacken. Zack. Lassen Sie Ihre Männer das Maisfeld durchsuchen. Ja, ma'am. An alle Einheiten. Wir haben Befehl, das Maisfeld zu durchsuchen. Ey, das sind ja nochmal drei. Wie kann das denn sein? Das waren auch nur fünf. Ich hab doch schon vier gekillt. Ich hab doch schon vier gekillt. Hm, hm, hm. Was ist denn da mit der Heuschrecke? Was kann ich mit der machen? Muss ich auch mal gucken gehen. Das interessiert mich ja. Verkleiden. Wahnsinn. Okay, cool. Sehr cool. Aber das bringt mir hier nichts. Aber von hier oben hab ich vielleicht einen ganz guten Ausblick. Lass mich doch mal gucken. Geben Sie auf, 47. Wir wissen, dass Sie da draußen sind. Mhm. Oh, da drin haben wir, glaube ich, irgendwas haben wir da drin. Lass mich hier mal reingucken. Ein Huda-Mädchen. Die nehm ich doch mit. Ja, nun, gib mir das. Super. Was? Hier, nimm das Radio mit. Was haben wir hier? Okay, okay. So, ab in die Felder. Oh, da ist einer. Da haben wir auch noch einen. Da ist ja auch einer. Okay. Super. Ich hab natürlich keinen Schuss mehr. Das ist natürlich scheiße jetzt. Das ist natürlich schon sehr kacke. Jetzt komme ich an dem nämlich nicht vorbei. Jetzt haben wir hier noch einen. Okay. So, komm mal mit. Warte, warte, warte. Komm mit. Mit ins Maisfeld. Ich bringe ich hierhin schön in die Ecke. Warte mal, da haben wir, da haben wir einen Kontrollpunkt. Das ist auch meiner. Ist doch logisch. Zack. Wo will sie hin? Okay. Ich gucke da ein wenig blöd in der Gegend rum. Warte mal, da hinten haben wir noch einen im Maisfeld. Das ist doch super. Was? Ach, so eine Kacke hier. Mach mal weg. Mach weg. Abbrechen. Na toll. Was soll denn die Kacke jetzt? Ja. So, schön ruhig sein, mein Freund. Du kannst doch einfach da liegen bleiben. Das interessiert mich doch gar nicht. Die ist, glaube ich, im Haus, ne? Die guckt doch nicht raus. Zack, und der nächste. Komm mit. Eil dich. Oh, die kommt raus. Oh mein Gott, war das knapp. Hä? 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 Das ist doch super, dass du herkommst. Optimal. Besser geht's doch gar nicht. Hä? Besser geht's doch gar nicht. Bring' wir auch noch hier irgendwo hin. Na, die scheißegal, wo du liegst. So. Und die nächsten beiden Kills, die gibt's im nächsten Part. Sonst wird der eindeutig zu lang. Also, mach's gut. Ciao. Oh, mein Gott. Das war's. Ich war's. Das war's.